Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abnehmen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Nimmt ab. Name ab. Hat abgenommen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich nehme ab. Du nimmst ab. Er nimmt ab. Wir nehmen ab. Ihr nehmt ab. Sie nehmen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich nahm ab. Du nahmst ab. Er nahm ab. Wir nahmen ab. Ihr nahmt ab. Sie nahmen ab. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgenommen. Du hast abgenommen. Er hat abgenommen. Wir haben abgenommen. Ihr habt abgenommen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich nehme ab. Du nehmest ab. Er nehme ab. Wir nehmen ab. Wir nehmen ab. Ihr nehmt ab. Sie nehmen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich nehme ab. Du nehmt ab. Er nehme ab. Wir nehmen ab. Ihr nehmt ab. Sie nehmen ab. Den Schluss macht der Imperativ. Nimm ab du. Nehmen ab wir. Nehmt ab ihr. Nehmen ab sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb abnehmen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald. 5 x 3 6 x 5 4 x 7 8 x 8 8 x 9